Oh Mann, komm schon, komm schon. Oh Mann, wo ist ein Empfang? Ach komm schon, Ross. Es ist doch nutzlos. Mein Kumpel denkt bestimmt, ich bin tot oder so. Entspann dich. Der unordentliche Jared denkt nicht nach. Freunde, wart ihr schon einmal auf dem Lande? Dann müsst ihr es liken. Mal sehen, wie viele von uns solche Hinterwäldler sind. So cool. Was zum Teufel? Ha, ha, ha. Also, meine Kleinen, ihr werdet unter dem Rock eurer Großmutter bleiben. Ha, ha, ha. Hey, was soll das heißen? Hä? Oma! Ihr seid Babys. Hier ist es. Gebt den Mistkerlen etwas zu essen. Warum niemals? Wir werden ihm nichts geben. Nehmt es, nehmt es, bedient euch. Es ist nur nicht selbst, verstanden? Ja? Oh, da seid ihr ja. Hallo. Sieh dir das an. Sie haben Geschenke bekommen. Komm schon, Kleiner. Los. Greif schnell zu, damit es nicht ins Auge geht. Oh, wie lecker. Und was wollt ihr von uns? Ich möchte wissen, ob das Wasser heute kalt ist. Meine Großmutter hat Kühe, die im Fluss gewaschen werden müssen. Ich weiß nicht, ob ich sie heute mitnehmen soll oder ob das Wasser zu kalt ist. Wir haben deine Großmutter dort gesehen. Sie ist mit den Kühen getaucht. Sie weiß, wie kalt das Wasser ist. Bist du ein Comedian oder gräbst du dir gerade selbst ein Loch? Sie wäre fast im Fluss erfroren. Siehst du, sie zittert immer noch. Aua. Aua. Wart ihr das? Aua. Ich bin... Ja. Aua. Wir werden das nicht so stehen lassen. Du hast nicht mehr lange zu leben, kleines Mädchen. Wir sehen uns später. So sind die Teufel. So sind die Teufel. Ich habe gesehen, was ihr mit ihnen gemacht habt. Sie sind gerannt und gerannt. Richtig. Vielen Dank, Großmutter. Richtig gut, Oma. Danke. Ich habe Ihren Großvätern eine solche Lektion erteilt. Sie werfen immer noch Steine, wenn sie mich sehen. Oma, jetzt werden sie sich an uns rächen. Oh nein, was sollen wir jetzt machen? Nun ihr Orcas, bleibt bei mir zu Hause. Es gibt immer etwas für euch. Es gibt Gänse, die nicht gemolken wurden. Die Katze hat Verstopfung. Kommt schon, kommt schon. Lasst uns weitermachen, okay? Und dann gehe ich meine Pillen nehmen, bevor ich sie noch vergesse, ja? Kennen Sie doch nicht gemolken? Katzenverstopfung? Wir brauchen eine Tarnung, wenn wir durchs Dorf laufen, okay? Ist das so, als würde man einen Tarnanzug tragen? Vielleicht sollten wir uns einfach eine Mistkabel zur Selbstverteidigung besorgen. Nein, das war zu aggressiv. Wir machen meinen Plan, okay? Großmutter hat doch alle möglichen Lumpen auf dem Dachboden, oder? Du siehst echt stylisch aus. Und dein Haar ist viel zu schön. Oh, jetzt ist es besser. Viel dörflicher. Seid ihr gekommen, um wieder zu stehlen? Nicht mit mir! Nein, Oma, nein, wir sind deine Enkelkinder, Awesome, Ross und Pretty Kate. Ich habe keine Enkelkinder. Oma, hast du deine Pille nicht geschluckt? Du hast sie vergessen. Warum nennst du mich krank, du kleiner Mistkerl? Ich bin gleich bei dir. Oma, nein, Oma, nein. Zeige es dir jetzt. Oma, halt auf, nein. Ich werde euch einholen. Oma, nein, Oma, nein. Warum wird sie nicht müde? Muss sie sich nicht irgendwann mal ausruhen oder so? Mama erzählte mir, dass meine Großmutter bis zu ihrer Pensionierung Marathon gelaufen ist. Oh, oh, schau mal. Oh, Mann. Mach mit, okay? Renn! Lauf! Renn, okay? Renn um sein Leben! Renn um euer Leben! Lauf! Renn, okay? Renn, hau! Renn! Renn! Ich werde euch alle kriegen! Ihr Mistkerle! Verrägt euch, sie holt auf! Oh mein Gott! Meine Kuh wird jeden Moment kalben! Oh! Puh! Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, mir ist die Luft ausgegangen. Ich kann nicht mehr. Wow, was für ein Lauf! Ja, das stimmt. Coole Verfolgungsjagd. Hey Boy, kommt ihr Leute, ich habe euch hier noch nie gesehen. Wohnt ihr auf der anderen Seite des Feldes? Äh, 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 ja, wir, wir wohnen auch hier. Auf dem Berg, wisst ihr? Äh, ja, am Fluss. Auf dem Berg, an dem Fluss, der um den Berg herumführt. Ja, ja, ja. Das ist weit weg, ihr wisst bestimmt eh nicht, wo das ist. Warum sollten wir das nicht wissen? Oh. Oh, das ist, das ist genau das Richtige. Schau, ja. Stupid Dale, das dumme Dorf. Genau, genau, ganz dumm. Also, äh, unser Dorf ist richtig doof. Äh, ja. Wir haben unser ganzes Leben in Stupid Dale verbracht. Ja, und jetzt haben wir beschlossen, nochmal rauszugehen. Also, auch nochmal andere Dörfer zu sehen. Arme Menschen. Und da ist diese verrückte Oma auch noch. Passt auf, sie lässt niemanden ungestraft davonkommen. Ja, ich hatte mal eine Mistgabel, also. Erinnert ihr euch daran, wie sie... Oder erinnert ihr euch daran, als ihre Kuh... Ihr wisst schon. Ja. Oh, lasst uns ein cooles Spiel spielen, ja? Lasst uns einen Fahrradwettbewerb veranstalten. Nein, ich möchte jetzt auch mal ein Spiel entscheiden, okay? Lass uns mit dem Ball spielen. Welche Fahrräder? Draußen ist es eh nach hier, okay? Mann, wie werden wir sie jetzt los? Dann werden wir ein tolles Rennen auf unseren Rädern haben. Wir werden sicher irgendwann aufliegen. Das Mädchen da drüben sieht die ständig an und an bestimmt irgendwas oder so. Fahrräder sind besser. Was ist da einfach mit dem Ball spielen? Der Ball ist doch viel besser als deine Fahrräder. Ich werde jetzt die Regeln erklären. Sie sind seltsam, die von Stupid Dale. Etwas verwirrt mich an ihnen. Ja. Ich finde, die klingen eher wie aus der Stadt, weißt du? Hey, spielen wir jetzt oder nicht? Ja. Ja, wir kommen. Wir kommen jetzt. Okay, also ihr geht da rüber und ich passe bald zu euch. Auf geht's. Alles klar. Okay, Gäste aus Stupid Dale. Eine Frage. Habt ihr in eurem Dorf schon mal Äpfel gestohlen oder sowas? Ja, hundertmal schon. Wenn ihr nicht gestohlen habt, seid ihr nicht aus dem Dorf. Oh mein Gott. Was? Habt ihr ein Problem damit? Ich meinte nur, oh mein Gott, sie sind die Äpfel schön. Ja, ich werde mehr für mich selbst besorgen. Fantastischer Ross, was sollen wir jetzt tun? Wir schälen sie einfach und gehen sie dann an Oma zurück. Das ist eine großartige Idee. Und leg die jetzt mal los. Wer ist der Mutigste von euch, ha? Ich schaffe das. Wir werden das jetzt machen. Ja. Puh. Ich hab noch nie so viele Äpfel gegessen. Also gut. Stecken wir sie in unsere Taschen. Wir sollten uns beeilen, bevor wir erwischt werden. Los geht's. Kommt schon. Pflückt viele Äpfel. Kommt schon. Los. Schneller. Los, los. Los. Komm schon. Pflückt viele Äpfel. Wir sollten uns beeilen, bevor wir erwischt werden. Gehen wir. Nein, bitte, bitte. Lass mich gehen. Ich werde es doch nicht mehr tun, okay? Lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Er ist ein guter Junge. Bitte verzeih uns. Bitte. Oma. Oma. Lass ihn gehen. Lass ihn gehen, bitte. Okay, bitte. Los. Lass ihn gehen, bitte. Ja? Wir waren das. Wir wollten uns nur mit denen anfreunden, okay? Du solltest uns bestrafen und sie gehen lassen. Wir wollten dir alle Äpfel wieder zurückgeben, okay? Ehrlich. Na, sieh mal. Was für eine Wendung. Äh. 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 Ja, wir hatten einen ganz tollen Tag. Ja, es passiert nicht jedes Mal, dass Santa Barbara auftaucht. Und ihr seid gar nicht so schlecht in der Stadt. Hm. Ja, ihr seid auch irgendwie so... Ihr seid auch ganz in Ordnung. Aha, Gespräche. Autsch. Erstens, entspann dich. Drittens. Na los. Na los. Lustig. Wir haben eure Großmutter gesehen. Au, au. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Das tut weh. Kommt schon, kommt schon. Lasst es uns tun. Ich werde einfach... Und ich werde... Ähm, ja. Okay. Also, Gäste aus. Tschüss. Tschüss. AS S